ja Hallo Leute und Willkommen zu einem weiteren Part von MW2 mit Eventor Hey Leute was geht? So du gehst ins Opfer, weil du nun Opfer bist Okay, es geht am Vor! Okay wir machen heute ein Sniper-Duel Ja So, ja jetzt wird der gefickt Werden wir ja sehen Ihr wisst ja, dass ich nicht gut im Snipern bin Weil sollen die das denn wissen? Weil die meine Videos kennen Ja, Hitmarker, ne? Ah, Quickscop, Alter Weggeguckt! Können wir das nicht in den nächsten Part of Highrise machen, weil hier leckt immer alles wegen dem Staub und so Ja, bei mir leckt's nicht, bei mir ist es schön flüssig Ne, bei mir leckt's Weil ich böse bin Na, du willst uns zugeben, dass dein PC scheiße ist? Ne, mein PC ist gut Nur es lag wegen dem Staub Ja, dann mach den Staub doch aus Mann, ey, du musst deine Mutter mal Staub saugen, hör mal Aber Schatten, nein, Tiefen, Schärfen, nein Rage, Doll, nein, Einschuss sicher, nein Wo bist du? In mir leckst du nicht flüssig Nein, meine Mutter darf nicht Schärfen, weil ich wohl bin Wo bist du denn, du Juan? Scheiß Mit Quickscop, Alter, kommst du nicht, ne? Ich bin hier der Quickscop-er-Boss-Mom Alter Ja, Mann, ich bin Gert Leute, wir haben da Snipern gelernt Zwei Erfahrungspunkte plus Ah, ich bin Gert Und ich bin Batman Oh, WTF Nein Worte Wo bist du, Junge? Alter Ey Mann, ich hab nur noch wenig Munition Okay, wir haben Vorräte Wir haben Vorräte Bleib vor uns Ey, das war direkt in den Kopf, Alter Alter Ja, ja, ich hab den Hintenmark aus Irgendwum Oh, fuck Sie setzen, Kirst Loll Ja Das ist so schlimm Lass das Scheiß geschützt Das ist mein Geschütz Sing von Mama oben in deinem Zimmer Da ist der Du hast eiskalt oder sowas drin, ne? Ja, kam geschützt Fick ihn weg Shit Ey, das leckt übelst Gerade eben bei der Aufnahme hat sich geleckt Gerade eben bei der Aufnahme hat sich geleckt Alter Boah, fuck Fick dich Fick dich Dein zweiter Kill Ich weiß Mann, alter Geschütz, jetzt mach doch mal WC Straight Alter, ich treff dich gar nicht, man, du hast jetzt an Ja, Mann, alter, du hast Blendgranate, Alter, ich hab so ne Scheiß auch Granate Fick dich Wieso kann ich nicht missern? Da weiß ich nicht missen What the Ey, das ist Ja Ich will eine andere Map, alter Alle sagen Oh, was ist geil für Gridscope Ne, das ist scheiße Mach fuck Ja, steckte Granat in dein Arsch Mann Ey, Junge Ey, Junge Ey, Junge Ich bin ein fucking Tryharder Alter Alter, wir werden sich jetzt nicht getroffen haben, ne Hm So geil, so supergeil und supersexy und Supergeil Supergeil Neu 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 Ich bin da, wo du nicht bist, und das ist in deinem Arsch der Kanäle Ich bin da, wo du nicht bist, und das ist in deinem Arsch der Kanäle Dann der Aufnahme wird es dann nicht mehr legen Da müsste nicht legen Da müsste Alice super langsam sein Ich hab da, die ganze Zeit zu tun, 36,36 der FBS und dann... Dann guck mal, guck mal Leute, wieder und sucht, achte mal Leute Da guck mal Der merkt auch nix Man wisse Da Da Achte, achte, achte Achte Headshot Bei mir stand es die ganze Zeit nur an einem Fleck Leute Oh Gott Achte Achte Oh, fuck it Da hast du mich aber hart getroffen, ey Fuck Da hast du mich aber hart getroffen, ey Ey! Das ist doch... Du machst nicht mal das richtige Quickscope, Jungen! Ich mach so... So... BAM! 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 Jetzt ein bisschen harte Geschütze aufgefallen, denn... BAM! Oh man... Ja, hey Junge, was machst du? Hatte Geschütze aufgefallen! Also mein PNS! Du hast doch kein... Jetzt bist du dran, Ari! Jetzt geh ich ab, Alter! Wenn wir sehen... Jetzt versuch ich dir das so den Hinterhalt, dass das deine Oma noch spürt... Meine Oma? Nein, deine Oma! Shit! Meine Oma, what?! Du hast nicht gesehen, deine Oma hat's gespürt! Nein! Dann kannst du dich ja jetzt anrufen und fragen, ob du... ob sie auch die Schüsse gespürt hat! Hast... Hast... Mama... Nee, Oma... Hast du die Schüsse gespürt? Hehehehehehe... Hörst du Karten, du Juan? Das kennt nicht! Das ist taktisches Spielen! Taktisches Spielen ist... Taktisches Warten ist eine Sekunde und nicht 500! Du Juan! Ich bin ein Ninja, Alter! Wenn wir uns nie sehen! Wenn wir uns sehen! Ich bin mal hier, mal da, ich bin die Ball, ne? Ich bin mal hier, mal da, mal in deinem... Fofofatzie! Wo bist denn du, LuPi? So! Hey, what?! Hehehehe! Hehehehe! Äh, ich treff dich kein mal! Trrrrrrrr-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-daf! Hier haben wir einen in die Luft. Vorräte sind unterwegs. Okay, Katze. Ja, nimm mal da zum Freienbrüche Vorräte. Die Zeit wird knapp! Alter! Komm, Pay Flow, los! Na fuck, hey? Mir kann ich mich aus der Entfernung selber treffen. Ja, ich hab gewonnen! Nein! Das darf noch mal erzählen bekommen. So. Warum würde ich sagen, beende ich jetzt hier die Aufnahme? Wenn euch der Bad gefallen hat, dann lass doch auf jeden Fall eine Wertung da. Abonniert mich und eventos Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann würde ich nur noch sagen, tschau! Tschö!